Das andere Problem damit, Raure gut gespielt, kein Abseits, und da ist das zweite Tor, durch die Beine von Grün. Und jetzt sehen wir möglicherweise das erste Tor des Staates, und da ist es in der Tat, es ist die Führung, um die Silbertschaft von Lukas Riazon, das ist ja nicht seit 7 Jahren, in der 35. Minute, er brachte das 2 zu 0 für Vieter, Grün ist zweimal geschlagen, hat nichts. Und jetzt, wo wir sie gut wird, hier ist die Führung, aber er ist der Torschütze, der steht 1 zu 0 für Vieter, Sameda, der sich da ein bisschen wegzahrend hat, zwei, aber in jedem Fall Lukas Riazon, die Führung, das ist 2 zu 0. Was ist das?